Schwedens Fußballstar Lothar Schelin hat im Alter von 34 Jahren ihre Karriere beendet Diesen Entschluss teilte die Rekord-Torschützin der schwedischen Nationalmannschaft, 88 Tore in 185 Länderspielen, auf einer Pressekonferenz am Donnerstag in Göteborg mit Seit einer Neckenverletzung im Juni vergangenen Jahres leidet die Angreiferin des FC Rosengard an chronischen Kopfschmerzen Es war ein hartes Jahr und es ist immer noch schwierig, sagte Schelin unter Tränen Bereits bei der EM 2017 in den Niederlanden spielte sie nur unter Schmerzmitteln und konnte seither keinen Einsatz mehr bestreiten Bis zum nächsten Mal!